Das klare Regeln, die brauchen wir. Beides zusammen macht das Paket dann rund. Vielen Dank. Denken Sie mal drüber nach. Gucken Sie sich die Bauern hier an. Die sind hier, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Die sind nicht hier, weil sie einen Tag mehr frei haben wollen. Oder weil sie drei Tage vor noch haben wollen oder mehr Geld. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wir haben die Schnauze voll von dieser ideologischen Politik. Hey, 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 hey und wir wollen den Respekt, der uns zusteht, der unserer Gesellschaft zusteht. Was für ein Land leben wir eigentlich mittlerweile, dass unsere Kinder und weiterführende Schulen Angst haben zu erzählen, dass unsere Landwirtschaft kommt. Und sie erzählen uns hier immer noch mit den biologischen Schienen, dass wir das freigsteckendste Wasser in Deutschland haben. Nach dem Alter sagen wir, wo sind wir eigentlich. So eine Fack-Fack-Eierei haben wir genug von, das müssen wir endlich mal verstehen. Wir stehen mit dem... Jawohl! Also ich empfinde es als Respekt, wenn jeder Deutsche und jede Deutsche 114 Euro jedes Jahr pro Kopf bezahlt für die gemeinsame Agrarpolitik, wenn wir alle der ganzen Hände haben...